Es gehört schon einiges dazu, sich freiwillig für meine Forschung zur Verfügung zu stellen. Daran erkennt man einen ausgezeichneten Soldaten. Vorsicht, nicht zu sehr zappeln. Für Fehlschläge bin ich nicht verantwortlich. Dessen bin ich mir bewusst. Wie überaus kooperativ von dir. Als Belohnung bekommst du meine Sonderbehandlung. Ein Verfahren gemacht, um Helden zu schaffen. Früher hat dieser Prozess Jahre gedauert. Doch jetzt erzielen wir die gleichen Ergebnisse in gerade einmal 18 Stunden. Und all das verdanken wir natürlich ganz allein meinem Genie. Tag für Tag habe ich meine Forschungen vorangetrieben mit inspirierender Genialität. Obwohl, es hat auch Nachteile, den Prozess so zu beschleunigen. Und zugegebenermaßen kann nicht mal ich Perfektion noch verbessern. Ich bin ein Schmerziger. 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 Vielen Dank.